Angesichts steigender Energiepreise und Abgabenlasten ist das Thema Energiesparen heutzutage von enormer Bedeutung. Ein Schwerpunkt der Berliner Drei-Dachdeckerei GmbH liegt daher im Bereich Energieeffizienz. Seit 2006 ist Dachdeckermeister Peter Blase auch als geprüfter Gebäude-Energieberater tätig. Als solcher findet er die Energieschwachstellen an ihrem Haus, gibt Tipps zur Modernisierung und Energieeinsparung und stellt Gebäude-Energieausweise aus. Wollen auch Sie Ihr Eigenheim Energieeffizienz sanieren? Dann rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern weiter.